Hallo, herzlich willkommen zur zwölften Vorlesung in meiner Vorlesung Rhetorik Theorie aus den USA. Wir haben es bald geschafft, die Vorlesung heute noch und die in der nächsten Woche und dann sind wir durch. Heute geht es um das Thema Feminist Rhetorical Theories, also Rhetorik Theorien, die sich seit den 1970er Jahren im Anschluss an die Women's Rights Movement in den USA herausgebildet haben. Bis heute sind diese Theorien ein zentraler Bereich der Rhetorik Forschung in den USA. In den USA, wo eben solche feministischen Theorieansätze an den Hochschulen auf einer weiteren Basis, so in meiner Wahrnehmung jedenfalls, gelehrt werden als hierzulande. Das heutige Thema ist auch eines, das in Deutschland noch weitgehend in den Anfängen steckt, also was die Rhetorik Forschung betrifft. Im historischen Wörterbuch der Rhetorik finden Sie zwar einen Artikel feministische Rhetorik in Band 3, 1996, aber dieser Artikel behandelt eigentlich gar nicht die Rhetorik, sondern eher die feministische Linguistik, also eine Richtung der Sprachwissenschaft, die sich seit den 1970er Jahren unter anderem mit der Frage der geschlechtergerechten Sprache beschäftigt hat. Das ist ja ein sehr aktuelles Thema, wenn wir an Gendersternchen und dann die ganzen großen gesellschaftlichen Diskussionen denken. Und das beginnt eben in den 1970er Jahren. Das ist kein neues Thema. Gründerinnen dieser Richtung, und die kommen in dem Artikel natürlich auch vor, sind etwa Luise F. Bush und Senta Trömmel-Plötz. Mit feministischer Rhetorik, wie sie in den USA erforscht wird, hat das allerdings nur wenig zu tun. Es ist einfach ein anderes Fach. Es ist Sprachwissenschaft, aber es ist nicht Rhetorik. Insofern hilft der Artikel im historischen Wörterbuch der Rhetorik leider nicht weiter. Wohl aber, das ist eine Lektüre-Empfehlung von mir, und ich werde darauf am Ende dieser heutigen Vorlesung auch noch eingehen. Der sehr gute Artikel im HSK Rhetorik und Stilistik, verfasst von der Germanistin Lili Tonga-Erk. Und da, wie gesagt, gehe ich am Ende der heutigen Vorlesung noch ein. Damit, worum geht es heute? Zwölfte Vorlesung zum Programm. Erstens, Einleitung. Da sind wir gerade mittendrin. Zweitens, historischer Hintergrund eben des Women's Rights Movement. Ganz knapp, aber ein paar Stichworte braucht man, glaube ich, um zu verstehen, warum in den 70er Jahren nun Frauen anfangen, in diese Theorierichtung zu denken. Dann geht es um Feminist Rhetorical Theories. Ein bisschen so im Überblick, mit Blick auf einige sozusagen Themen. Da geht es um die Persuasionsfrage, also die Frage des Verhältnisses von feministischen Rhetoriktheorien zu klassischen persuasiven Rhetoriktheorien. Denn im Feminismus werden viele Rhetoriktheorien mit Konzepten jenseits der Persuasion entwickelt. Dann gibt es so Fragen wie, gibt es eigentlich in der Rhetorikgeschichte Rednerinnen? Wann und wo, unter welchen Bedingungen treten Rednerinnen auf? Da gibt es auch ein Projekt der Kanonrevision, nämlich zu sagen, wir müssen jetzt endlich mal sozusagen den Kanon der männlichen Redner um Frauen, um weibliche Rednerinnen ergänzen. Ich werde dann als dritten Punkt hier auch nochmal eingehen in diesem Kapitel auf die Frage nach dem institutionellen Status und der Etablierung feministischer Rhetorikforschung. Also die Frage, die Widerstände, die die Feministinnen in den 70er bis in die 80er Jahre hinein sich entgegengestellt sahen. Welche gibt es da und was war da die Reaktion? Kapitel 4 wird es drei zentrale Theoriepositionen geben, die ich Ihnen vorstelle. Caroline Cos Campbell von 1973, das ist eigentlich der Anfang, das ist der erste Aufsatz in der feministischen Rhetorik, das ist der Startpunkt im Grunde dieser Entwicklung. Deswegen müssen wir uns den ein bisschen genauer angucken. Der zweite Artikel stammt von 1979 von Sally Miller-Gierhardt, The Womanization of Rhetoric. Und der dritte Aufsatz, das ist der berühmteste auch von den drei, von Sonja K. Voss und Cindy L. Griffin, Beyond Persuasion, Proposal for an Invitational Rhetoric. Das ist die Theorie der Invitational Rhetoric. Und dann gibt es einen Ausblick mit ein bisschen Richtung Gender Studies rein und dann ist Schluss. Damit zum ersten Punkt. Women's Rights Movement. Die theoretischen Überlegungen in den USA zu einer feministischen Rhetorik entwickeln sich dort eben seit dem Beginn der 1970er Jahre vor dem Hintergrund einer sozialen Bewegung, eben des Women's Rights Movement oder auch genannt Women's Liberation Movement der 1960er und 1970er Jahre. Zentrale Forderung dieser sozialen Bewegung waren gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten für Frauen sowie insgesamt größere persönliche Freiheiten. Die amerikanische Frauenrechtsbewegung dieser Zeit ist Teil einer sogenannten, so nennt man das manchmal, zweiten Welle des Feminismus. Während die erste Welle des 19. und 20. Jahrhunderts bei der Frage nach gleichen Rechten vor allem das Wahlrecht, das Wahlrecht für Frauen ins Zentrum gestellt hatte, sind die Forderungen der zweiten Welle breiter und sie umfassen verschiedene Bereiche weiblicher Selbstbestimmung, darunter zentral die Bereiche Familie und Sexualität. Daneben spricht man heute auch noch von einer dritten oder von einer vierten Welle, von der Mitte der 1990er Jahre bis in die 2010er Jahre hinein. Aber es geht eben um diese zweite Welle heute. Dann ein paar Eckdaten nochmal. Hintergrund eben dieser Bewegung in den 60er und 70er Jahren sind zunächst aber auch nur scheinbar Paradox, die sozioökonomischen und auch technischen, ganz wichtig, technischen Errungenschaften, der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, genauer die Entstehung von Jobs im Dienstleistungssektor, an Bereichen, in denen Frauen arbeiten konnten, und die Entwicklung von Haushaltstechnik. Das darf man nicht vergessen, Dinge wie Waschmaschine, später die Spülmaschine, die entlasten natürlich sozusagen die Haushaltsarbeit und machen es auch möglich, dass Frauen zum Beispiel arbeiten können. Das macht ja also alles das Leben einfacher, führte aber nicht zu mehr Gleichheit. 1949 erschien dann das Buch Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir. Das Buch thematisiert gesellschaftliche Missstände und ist bis heute ein Klassiker des Feminismus. Die Studie klärt, um das ganz grob zu sagen, klärt über Weiblichkeitsmythen sozusagen langer Dauer auf, also Topoi, wenn man so will, die historisch zur Unterordnung und Diskriminierung von Frauen geführt haben. Auch heute noch ein lesenswertes Buch. In den USA war dann ein Buch von Betty Frieden mit dem Titel The Feminine Mystique, erschienen 1963. Und dieses Buch befeuerte die Debatte um die Rolle der Frau. Frieden thematisierte die Lebenswirklichkeit der sogenannten Suburban Housewife, die Langeweile und der Mangel an Sinn. Frauen wurde immer wieder gesagt, dass sie ja alles hätten. Schöne Häuser, nette Kinder, beantwortungsvolle Ehepartner, also Männer. Aber sie werden sozusagen, das ist die These, oder eine der Thesen bei Frieden, durch die Häuslichkeit abgetötet und sind selbst aufgrund sozialer Konditionierung, wenn man so will, nicht in der Lage, ihre eigene Lage zu erkennen. Und das war für viele Frauen ein Eye-Opener über ihre eigene sozusagen Existenz. Und das Buch wurde zu einem Bestseller, Millionenauflage gehabt. 1966 wurde dann die National Organization for Women, NOW, gegründet, die am Ende des zweiten Jahres schon über tausend Mitglieder hatte, heute über eine halbe Million übrigens. Und explizit das Vorbild war sozusagen auf der Seite der African-Americans die National Association for the Advancement of Colored People. Also da kann man sagen, im Grunde, die Frauenbewegung holt auch sozusagen Dinge nach, arbeitet auch in Strukturen, die eben die African-Americans in den 60er Jahren und zum Teil in den 50er Jahren aufgebaut hatten. In den 70er Jahren war eine der zentralen Forderungen nach Verabschiedung des sogenannten Equal Rights Amendment zur Verfassung der USA. Also in diesem 27. Verfassungszusatz, der übrigens erstmals bereits 1923 im Kongress eingereicht wurde, sollte die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau durchgesetzt werden. 1972 wurde der Zusatz von beiden Verfassungskammern verabschiedet. Innerhalb einer entsprechenden Ratifizierungsfrist bis 1982 nach mehrfachen Verlängerungen wurde das entsprechende Quorum in den US-Bundesstaaten aber nicht erreicht. Also der hat keinen Verfassungsrang bekommen bis heute. So viel vielleicht zu den historischen Hintergründen in den 60er und 70er Jahren, den Anfängen eben der Frauenrechtsbewegung. Das ist sozusagen die, wenn man so will, sozialgeschichtliche, soziologische, gesellschaftliche Folie für die Entstehung feministischer Rhetoriktheorien. Worum geht's da? Das gucken wir uns jetzt an. Das Ziel dieser feministischen Rhetorikerin ist ziemlich radikal. Die propagieren tatsächlich eine neue Form der Rhetorik und ihr Anliegen ist zunächst auch wirklich revolutionär, also umwälzend. In ihrem Buch Feminist Rhetorical Theories von 1999 definieren Sonja Voss, Karen Voss und Cindy Griffin, die Voss-Schwestern kennen wir ja jetzt mittlerweile schon sehr gut, den Kern feministischer Rhetorik so, es gehe darum, Rhetorik in einer völlig neuen Weise zu sehen. Und in dem Buch behandeln sie die Theorien von neuen Feministinnen und sie liefern, Zitat, diese neuen Dabei geht es aber nicht nur um neue Inhalte und um neue Theorien, sondern auch um einen neuen Stil des Theoretisierens, der ganz stark auch auf den subjektiven Erfahrungen und den biografischen Erlebnissen der drei Theoretikerinnen in dem Fall aufbaut und den Erfahrungen, die die haben, also biografischen Prägungen, nicht zuletzt auch in der Welt der Wissenschaft und in den Bildungsinstitutionen. Feminismus bedeutet für sie, Zitat, their efforts to achieve equality for women with men and as the means to create a different kind of world characterized by different practices and values. Der Feminismus basiert also auf einem Wertesystem, in dem unter anderem das Prinzip der Gegenseitigkeit, Respekt und Fürsorge zentral sind und das sich gegen das Wertesystem der dominanten Kultur richte und die dominante Kultur ist eben die männlich geprägte Kultur, die patriarchale Kultur, wo es um Werte geht, die positiv gesehen werden, wie Hierarchie, Wettbewerb, Vorherrschaft, also Dominanz, Entfremdung, Machtausübung. In den Werten des Feminismus, der in der westlichen Kultur, schreiben Sie, abgewertet würde, sehen Sie die Möglichkeit einer nachhaltigen und eben auch lebensbejahenden Existenz, ein Modell, wie man eben auch anders leben kann. Und diesem Modell des Anderslebens, dieser anderen Existenzform, soll eben auch eine andere Rhetorik entsprechen, eine andere Art und Weise des Kommunizierens. Und dabei reihen sich Theorien der feministischen Rhetorik ein in Veränderungen der in der Rhetorik in der damaligen Zeit, also jetzt nicht 1999, in dem das Buch erscheint, aber in dem das anfängt, Anfang der 70er Jahre, in der Rhetorik behandeln, Kommunikationsformen und des Rhetorikbegriffs selbst. Das haben wir in der Vorlesung New Rhetoric 2 ja gesehen, dass es da auch tatsächlich um Formen ganz stark der kollaborativen Rhetorik geht, des Zusammenarbeitens, des Problemlösens und solche Konzepte, die die alte Rhetorik entweder ablösen sollen oder sie ergänzen sollen. In Frage, also Ausweitung der Kommunikationsform über die monologische Rede, ist auch ein Punkt, der spielt hier auch hier eine Rolle, in Fragestellung eben dann auch eines auf dem Konzept der Persuasion konzentrierten Rhetorikbegriffs und damit im Grunde auch, wenn man es ganz streng sieht, in Fragestellung der kompletten Tradition der Rhetorik seit der Antike. Letzteres bedeutet auch, dass als eine der Funktionen der Rhetorik begriffen wird, die Formen der Realitätskonstruktion durch, wie sie das nennen, Symbolic Interaction zu beschreiben. Solche Konzepte kann man, wenn man will, als konstitutive Rhetorik bezeichnen. Gibt es Ansätze in der amerikanischen Rhetoriktheorie? Haben wir in der Vorlesung nicht behandelt, aber die gibt es. Rhetorische Analysen legen dann eben auch frei, welche Realitätskonstruktionen in einer Kultur privilegiert sind, also welche dominant sind, welche vorherrschend sind und wie diese Diskurse der Privilegierung eigentlich funktionieren, also Machtfragen. Die drei Autorinnen berichten in einem Kapitel darüber, wie ihr eigener Rhetorikbegriff sich verändert habe, also sie gehen biografisch ran, wie er sozusagen aufgrund biografischer Erfahrungen enttraditionalisiert wurde. Zitat Also das kann man als konstitutive Rhetorik bezeichnen. Und weiter We also value Rhetorik because it can and does create reality. We believe that Rhetorik is an important way in which individuals create worlds, perspectives and identities. In almost any situation, innumerable options exist for how to act and respond. The study of Rhetorik then enables us to understand and articulate the various ways individuals create and enact the world in which they choose to live. Das heißt, weg von der Persuasion hin zum Rhetorikbegriff, der tatsächlich Identitätsproblematiken, Welterzeugung, eigentlich sozusagen letztlich diskursive Phänomene in den Blick nimmt. Welche Themen, welche Probleme gibt es? Bevor ich dann gleich diese drei wichtigen Aufsätze der feministischen Rhetorikforschung ausführlicher besprechen werde, möchte ich auf zwei Themen noch mal etwas näher eingehen, die mit der Theorie zusammenhängen, aber selbst vielleicht auch nicht in diesem eigenen Sinne theoretisch. Sie enthängt davon ab, welchen Theoriebegriff man da zugrunde legt, aber die sind auch wichtig, um zu verstehen, was eigentlich die feministischen Rhetorikerinnen machen. Und da gibt es einen Punkt, Inklusion von Rednerinnen in den Kanonen der Rhetorik, hatte ich am Anfang ja schon erwähnt, Kanonrevision, mal zu schauen, welche weiblichen Rednerinnen kann man denn identifizieren in der Rhetorikgeschichte? Welche sind vielleicht bisher nicht genügend beachtet worden? Welche sind vielleicht unterdrückt worden? Und da gibt es eine Rhetorikforscherin, die wir auch schon öfter gehört haben, den Namen Andrea Lansford, die das in einem von ihr herausgegebenen Buch gemacht hat, mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, Reclaiming Rhetorica. Einleitend vielleicht zunächst, klar, die Geschichte der Rede seit der Antike ist die Geschichte der Rede von Männern. Das hat soziopolitische Gründe, die natürlich mit den jeweiligen Machtstrukturen und Formen der Organisation von Herrschaft zusammenhängen. Es geht also sozusagen um den Zugang zu den unterschiedlichen Formen von Öffentlichkeit, Zugang zur Oratorrolle, könnte man das mit Joachim Knappe sagen, und der Frage, ob Frauen in den Räumen und auf den Plätzen der Rhetorik überhaupt eine Stimme haben können. Und wenn das nicht sozusagen die öffentlichen Formen, die öffentlichen Räume der Rhetorik sind, welche Formen der vielleicht privaten, halb privaten Öffentlichkeit gibt es dann, wo Frauen vielleicht reden können. Die feministische Rhetorikforschung beantwortet diese Frage positiv. Ja, kann man verkürzt sagen, ja, es muss sie irgendwo geben, die Rednerinnen in der Geschichte, vielleicht nicht in der Volksversammlung, vielleicht nicht im Senat, nicht in den öffentlichen, offiziellen Institutionen, aber an anderen Orten, im Rahmen anderer Formen von Öffentlichkeit und auch im Rahmen anderer Formen natürlich dann von Kommunikation, vielleicht nicht die lange monologische Rede, aber vielleicht Diskussion oder andere Formen der Kommunikation. Ein wichtiges Buch, was das zuerst vielleicht das früheste dieser Bücher, ich stelle Ihnen ein paar vor, drei genauer gesagt, die das gemacht hat, ist eben von Andrea Lansford und das Buch heißt Reclaiming Rhetorica. Also da ist schon sozusagen die Programmatik im Titel, es geht darum, etwas zurück zu erobern, sozusagen wieder für sich zu beanspruchen, Untertitel Women in the Rhetorical Tradition. Um einen Ausdruck von Cindy Griffin zu verwenden, dieser Band war ein Recovery Project, also da geht es darum, was zu entdecken, was Verstecktes, Verdecktes aufzudecken. Dieser Band machte die Fachwelt erstmals, kann man sagen, mit bislang völlig unbekannten Rednerinnen bekannt. Von der griechischen Philosophin und Frau des Pericles, Aspasia von Milet, aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, über die Figur der Diotima aus Platon und Dialog Phaidon, bis hin dann zu Rednerinnen des 20. Jahrhunderts, also ganz breites historisches Spektrum. In dem Einleitungsaufsatz Reclaiming Rhetorica berichtet mit Lansford, über die Schwierigkeiten bei der Entstehung des Buches, das lange gar kein Verlag fand. Das fand niemand interessantes Thema. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre natürlich in einer wesentlich männlich geprägten Verlagswelt und in einer wesentlich männlich geprägten Wissenschaftslandschaft. dachten Verlage, wer soll das kaufen, das interessiert niemand. Und es hat ziemlich lange gebraucht, fast zehn Jahre, bis sie dann dieses Buch fertig und dann auch einen Verlag gefunden haben, der es drucken wollte. Und die Zeit war dann eigentlich erst Mitte der 90er Jahre reif für diese Themen. Wom geht es in dem Buch? Reclaiming Rhetorica möchte eben in diesem Sinne, in diesem Sinne eben des Recovery Projects das Narrativ sozusagen das Seamless Narrative Usually Told About The Rhetorical Tradition unterbrechen, also die bisherige Rhetorikgeschichte in Frage stellen und die Möglichkeit von Multiple Rhetorics eröffnen. Zitat, das ist das, was sie auf der Folie haben, rechts Rhetorics that would not name and valorize one traditional competitive agonistic and linear mode of rhetorical discourse but would rather incorporate other often dangerous moves. Taken together, the essays in Reclaiming Rhetorica suggest that the realm of rhetoric has been almost exclusively male. Not because women were not practicing rhetoric. The arts of language are rather at the source of human communication. Alle Menschen reden, sagt sie. but because the tradition has never recognized the forms, strategies and goals used by many women as rhetorical. also es geht tatsächlich um die Frage der Perspektive. die Sachen sind schon da. Frauen haben natürlich gesprochen, Frauen haben kommuniziert, aber sie sind eben bislang ausgeschlossen worden und sie müssen jetzt eben in diesem Recovery Project inkludiert werden. Zwei Jahre später, 97, erscheint ein weiteres Buch von Cheryl Glenn. Das ist die erste monografische Studie, die von der Antike bis in die Renaissance geht, Rhetoric Retold, also Rhetorik noch einmal erzählt, sozusagen neu erzählt. Regendering the Tradition from Antiquity through the Renaissance. Also engendering the Tradition, die Tradition soll nun unter einem Gender Gesichtspunkt neu geschrieben werden, retold werden. Das Buch ist der Versuch einer umfassenden Revision der Rhetorik Geschichte mit dem Ziel, die aus der Rhetorik Geschichte eben verdrängten Frauen wieder sichtbar zu machen. Until recently, das Zitat auf der Folie, until recently, we had not thought of looking for women in rhetoric. It had already been assumed a priori that no woman participated in the rhetorical tradition. we had been willing to believe the tautology that no woman have been involved in rhetorical history because not a single rhetorical treatise by a woman appears in lists of primary works and because until most recently not a single woman has appeared in the indices of the most comprehensive histories of western rhetoric. Die sind einfach ausgeschlossen worden, diagnostiziert sie until recently und das ist der Bezug eben auch auf dieses Buch von Lansford und auch von anderen mit der Diagnose jetzt tut sich was mit der 90er. Mit dieser Diagnose ist bei Glenn eben verbunden auch das Projekt eine Revision des männlich dominierten Master Narrative der Rhetorikgeschichte seit der griechischen Antike die eben aus der der immer gleichen Autoren besteht und wir kennen die alle es fängt bei Korax an Plato und Aristoteles und wie es dann halt so weiter geht also dieses Master Narrative soll nun aufgebrochen werden infrage gestellt werden nicht negiert werden aber was Glenn möchte ist zu sagen wir müssen doch die Rhetorikgeschichte jetzt mal pluralisieren wir müssen doch mal mehrere Perspektiven zulassen gleichberechtigt nebeneinander und es gibt dann eben mehrere Rhetorikgeschichten und nicht notwendig die eine sozusagen die nur die männlich dominierte Rhetorikgeschichte ist die konventionelle die dritte Frau ist Caroline Coors Campbell die uns heute noch ein bisschen mehr beschäftigen wird die hat 1989 eine umfangreiche zweibändige Studie vorgelegt mit dem Titel Man Cannot Speak for her es ist eine Studie über die Rhetorik vor allem der Vertreterin der frühen Frauenrechtsbewegung im Zeitraum von etwa 1840 bis in die 1920er Jahre das ist der erste Band Sie sehen es auf der Folie A Critical Studies of Early Feminist Rhetoric und in dem zweiten Band versammelt sie eine Edition der schwer zugänglichen Texte dieser weiblichen Rednerin das ganz rechte Buch ist aus dem Jahr 1993 das ist ein umfangreiches Nachschlagewerk was sie herausgegeben hat Women's Public Speakers in the United States 1800 through 1925 A Biocritical Sourcebook Das soll noch ein zweiter Band erscheinen der bis heute geht ist aber bisher nicht erschienen in der Einleitung zu diesem Werk schreibt sie nächste Folie Also silence die hat man zum Schweigen gebracht Barred from politics by a denial of their citizenship rights Barred from the courts by a lack of standing to sue bear witness or make contracts Barred from advanced education and the professions their voices inevitably were constrained yet they spoke Also für diese frühe Frauen Rechtsbewegung die hatten Einschränkungen die hatten keinen Zugang zu Bildungsinstitutionen die hatten auch sozusagen keine vollen Bürgerrechte das heißt die waren eingeschränkt in ihren rhetorischen Aktionsmöglichkeiten aber sie sprachen sagt sie sie haben sich artikuliert es gibt diese Rednerinnen Warum sind diese Texte von Frauen bisher nicht untersucht worden Campbell macht hier den Fachdiskurs verantwortlich werde ich da auch gleich noch ein paar Sätze sagen bisschen längeres Zitat von Campbell Another characteristic of the field that studies public discourse has been the dominance of forms of critical analysis that inflicted the worst forms of sexual stereotyping on women What Edwin Black 1965 labeled neo-Aristotelianism was a system that privileged only certain forms of discourse monologische Rede those to which women had least access to sind in diese constraints it also privileged logic and argument and denigrated the emotional appeals figurative language and stylistic creativity most likely to appear in the discourse of protesters and reformers in fact this critical method tended to see only arguments and because women were thought naturally deficient in that area little was done to examine even the argumentation of women speakers also that's so the idea of the sex character the the rational man the emotional woman and she said the text not to have looked at if it there form of argumentation because women women not to get to have to and that said she that must you all now revidire and new erforschen over the question of the canon revision and the question of the inkludierung of the redner in the 1990 and the 90 also a debate between Barbara Biseker and Campbell on the the I I want to the 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 Biseker wandte gegen Campbell ein dass ein sogenannte affirmative action approach also die einfache Aufnahme von Rednerinnen in den Kanon im Sinne zum Beispiel auch von einer Quote noch nicht das für sie dann eigentlich viel zentralere Problem der eigentlich solchen Kanon Entscheidungen ja zugrunde liegenden diskursiven Logiken verändere das war eine wichtige Beobachtung denn sie lenkt den Blick weg eben auch von der historischen und materiellen Perspektive des biografischen zum Beispiel der textuellen Überlieferung auf die Prinzipien der Rhetorik Geschicht Schreibung selbst also auf den Diskurs der Rhetorik Geschichte die auch das ist Bisekers Argument in ihrer feministischen Spielart immer noch der patriarchalen Logik der großen Redner als Objekte der Rhetorik Geschichtsschreibung Folge und gar nicht mehr im Sinne der feministischen Agenda disruptiv und revolutionär sind also das ist ein Kritikpunkt den sie macht man müsste eigentlich sozusagen noch tiefer noch basaler ansetzen und müsste mal die Prinzipien eigentlich untersuchen und das ist das was sie Karl-Ankos Campbell vorgesagt im Grunde die konstruiert ja nur nochmal einen Kanon jetzt eben mit weiblichen Rednern aber die Prinzipien sind eigentlich ähnliche Karl-Ankos Campbell hat in der Replik dem widersprochen denkt wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte von beiden es gibt schon auch einige Dinge bei Bisecker die ein bisschen übers Ziel hinausschießen aber die grundlegende Idee eben auf diese diskursive Ebene zu gehen die ist schon finde ich ziemlich schlau damit noch zu einem zweiten Punkt nämlich die Frage welche Position Frauen in den Institutionen der Rhetorik Forschung hatten 1989 publizierten Catherine Carter und Carol Spitzek einen wichtigen Sammelband mit dem Titel Doing Research on Women's Communication und in dem Band wird über die Rolle von Frauen und von feministischer Forschung eben in einem von Männer dominierten Wissenschaftssystem nachgedacht und sie schreiben in der Einleitung ist leider ein bisschen längeres Zitat aber Sie können es ja auch nochmal anhalten das Video und dann nochmal nachlesen as our interest in feminist scholarship developed schreiben sie sozusagen biografisch we encountered numerous prohibitions which promote a tacit exclusion of women's communication from mainstream communication studies also tacit exclusion ist sozusagen ein schweigender Ausschluss da wird nicht drüber diskutiert aber sie werden exkludiert as other women in the field can probably attest to the choice to conduct feminist research is often met with resistance at a number of levels perhaps the most pervasive argument against feminist research is the claim that communication studies operate from a position of gender neutrality also die Wissenschaftler sagen wir brauchen gar keine feministische Perspektive denn die Kommunikationswissenschaft ist ja genderneutral sozusagen feminists then wenn sie dann doch ihr Anliegen vorbringen then are viewed as persons who stir up trouble over non-issues the charge of irrevency masks a complex process of patriarchal silencing also sie werden kunde stillgestellt mainstream resistance is rarely expressed as an open condemnation of women's issues rather we are told that it is in our best professional interest to avoid such issues among the reasons given are the very term feminist with its negative social implications negatively influences hiring practices feminist concerns comprise a fringe area which leads to difficulty in publishing the things are not published we have seen it is true it is true an inability to publish creates problems at the time of tenure or promotion und das betrifft eben dann auch tatsächlich die Frage der akademischen Karrieren von Frauen tenure ist in den USA die Entfristung der Stelle in der Regel vom assistant professor zum associate professor macht man einen tenure process durch und dann wird die Stelle entfristet wenn man eben nicht genügend publiziert hat dann kriegt man eben vielleicht keine tenure sondern fliegt raus und später dann eben auch noch in allen arten von promotion also allen arten von beförderung das amerikanische unisystem funktioniert ja ein bisschen anders als das deutsche das ist stärker ein laufbahn system auch da haben es frauen schwieriger weil sie eben ihre themen für randständig gehalten werden weil vielleicht männliche gutachter sagen das ist seltsam feministische them und sie können vielleicht auch nicht genügend publizieren weil dinge auch abgelehnt werden und diese ablehnung auf die kommen wir jetzt dass die abwehrende haltung nämlich gegenüber feministischer forschung seitens des männlichen establishment nicht nur eine einbildung von feministinnen ist sondern eben auch eine reale nachprüfbare basis hat es haben carol blair julia brown and leslie a baxter 1994 in einem artikel untersucht und in dem artikel geht es um die ablehnenden gutachten eines aufsatzes mit feministischer theorie grundlage in einem wichtigen journal der kommunikations wissenschaften in den wissenschaftlichen gutachten die ja im rahmen von solchen anonymen begutachtungen von eingereichten aufsätzen also eben dieser peer review prozess erstellt und die auch dann den autorinnen zur verfügung gestellt werden das ist eine praxis tatsächlich man kriegt die gutachten anonym halt und in diesen gutachten wo dann die argumente sozusagen für die ablehnung formuliert werden sehen die autorinnen eine grundlegende maskuline männliche ideologie ein antifeministischer patriarchaler bias von den offenbar männlichen reviewern wurde das verfahren also die methode die wissenschaftliche methode der verfasserinnen in diesem aufsatz als unwissenschaftlich bezeichnet als etwas was dem extremen rand des feminismus angehört und der status als wissenschaftlerinnen wurde ihnen abgesprochen und auch der status sozusagen dieses textes als wissenschaftlicher text wurde abgesprochen es gab also tatsächlich erhebliche widerstände seitlich seitens der männlich geprägten disziplin also frauen mussten erstmal erobern auch tatsächlich dass sie eigene feministisch geprägte methodologien verwenden konnten das mussten sie erst durchsetzen und da gibt es eine reihe von meilensteinen die ich hier auf der folie habe wie hat sich die Forschung konstituiert organisiert seit 1971 existiert ein women's caucus of the speech communication association also zu einem ausschuss der auf den tagungen der sca das ist heute die nca die national communication association also die zentrale kommunikationswissenschaftliche fachorganisation die bietet also der caucus bietet panels to feministischen rhetorikthemen an also da fängt es an dass frauen sich organisieren und dass sie sagen wir machen hier auf den tagungen panels über unsere themen 1976 wurde dann die organization for research and women and communication gegründet die gab dann im jahr drauf ab dem jahr drauf ab 77 ein eigenes journal women's studies in communication heraus gibt es heute noch und in dieser frühzeit gewinnt man den eindruck erstmal dass man frauen gewähren ließ solange sie quasi unter sich blieben und keine weiteren ansprüche stellten das passierte dann in den 1980er jahren als die herausgeber und women's studies in communication darum baten die einzelnen artikel im index to journals in communication studies aufzunehmen also sie wollten dass man in diesem index die einzelnen aufsätze bibliografisch aufnahmen zusammenstellte und das war eine ganz wichtige sache weil in diesen indizes wer dort dann sozusagen verzeichnet war der war auch zugänglich der war wahrnehmbar weil man natürlich wenn man bibliografiert auf diese indizes zurückgreift damals vor der zeit des internet aber heute spielt solche indizes zum beispiel eine große rolle bei in allen bibliometrischen verfahren also wenn es darum geht was für ja wie ist ein citation index wie ist der impact eines artikels wie oft wird der zitiert da spielen indizes heute auch nochmal eine rolle damals ist es halt auch nochmal wichtig wenn den indizes nicht verzeichnet wurde den namen vielleicht gar nicht wahr und deswegen wollten die frauen da rein dass man ihre forschung wahrnahm das war eine ziemlich lange auseinandersetzung die dauerte ein jahrzehnt oder fast ein jahrzehnt erst 1990 gelang es dann dem damaligen präsidenten der gesellschaft der der scia zu bewegen da sozusagen den widerstand aufzugeben erst seit 1990 im jahr 1990 wurde dann in der scia auch eine feminist and women studies division etabliert und division ist nochmal mehr als so ein caucus also es ist eine andere wertigkeit das sind feste unterabteilungen in der gesellschaft also teilbereiche und spätestens dann 1990 war die feministische rhetorik forschung also nach vielen widerständen in der kommunikationswissenschaft und damit auch in der rhetorik etabliert insgesamt also eine geschichte die sehr widerständig war die schwierig war aber am ende doch erfolgreich war jetzt gucken wir uns diese drei theorie positionen an campbell gearhart boss and griffin und ich beginne mit dem größten aufsatz von carline kors campbell the rhetoric of women's liberation and oxymoron der aufsatz ist 1973 im quarterly journal of speech erschienen das gilt als eigentlich der erste aufsatz über ein thema der feministischen rhetorik und hervorzuheben ist auch dass dieser aufsatz tatsächlich in einem der wichtigsten journals des fachs erschienen ist worum geht es in dem aufsatz campbell möchte klären was die women's liberation also diese soziale bewegung aus rhetorischer sicht eigentlich bedeutet sie selbst kommt ja im verlauf dieser vorlesung gesehen aus dem bereich des generic criticism also der rhetorischen gattungstheorie und das ist auch ihr ansatz in diesem aufsatz unter zurückweisung von soziologischen und psychologischen definitionen von movement möchte sie die soziale bewegung eben der women's liberation als genre als gattung untersuchen und zwar genauer als genre das aus zwei aspekten besteht substance und style nennen sie das substance und style bedeuten nun so viel wie inhalt und ausdruck das sind also zwei analyse ebnen auf denen sie vorgeht das bestimmt auch den aufbau des aufsatzes kommt eben zuerst substance dann kommt style und zwei thesen die auch nicht näher begründet werden stellt sie gleich am beginn auf erstens die rhetorik der women's liberation besteht aus symbolischen akten die mit blick auf substance und style unverwechselbar sind also das ist unique sozusagen was sie untersucht das wird auch ganz wichtig am ende des aufsatzes und zweitens stil und substanz hängen eng miteinander zusammen und konstituieren auf diese weise in diesem engen zusammenhang unique rhetorical qualities und das wird dann am ende dieses oxymoron sein das im titel des aufsatzes steht und damit zu diesen beiden kategorien etwas genauer zur kategorie der substanz zunächst auf den ersten blick sei die rhetorik der frauenbewegung sagt sie mit der protestbewegung der studierenden und auch der schwarzen der african americans vergleichbar ein wesentlicher unterschied bestehe aber darin dass die frauenbewegung insofern einzigartig sei als sie die komplette psychosoziale realität die grundlegendsten werte infrage stellt also die radikalität ist einzigartig forderungen sind die nach rechtlicher und ökonomischer gleichheit die nicht gegeben seien wichtiger noch sei aber die soziale und sexuelle gleichheit also das sind radikale forderungen die in dieser sozialen bewegung der frauenbewegung vertreten werden gefordert werden die option moderat zu sein sei für die befürworter der befreiung der frau gar keine verfügbare option schreibt sie damit zum stil das ist wichtiger natürlich für uns rhetoriker und das stil fasst campbell letztlich die ganzen merkmale der kampagnen zur frauenbefreiung die auch moddi der rhetorischen interaktion bewusst einschließt sie hat einen sehr weiten stil begriff sind nicht nur figuren und drogen sondern das sind im grunde die moddi die art und weise der rhetorischen interaktion nennt sie stil dieser stil ist nur in begriffen äußerster radikalität für sie beschreibbar in dem zitat was ich gleich vorlesen werde achten sie mal darauf wie sie den persuasionsbegriff diskutiert also zitiere also das lehnen sie zurück das ist die traditionelle rhetorik natürlich die persuasionsrhetorik abgelehnt also ne unterwerfung unterwerfung passivität im publikum qualities at odds with a fundamental goal of feminist advocacy self determination ziel dieser rhetorischen interaktion schlussendlich ist für sie so etwas wie consciousness raising also aufklärung bewusstheit schaffen reflexivität schaffen rhetorische probleme für die frauenbewegung ergeben sich nach campbells überlegung vor allem dadurch dass frauen eben auch ein sehr negatives selbst konzept hätten sagt sie ob sie als potential agents of change dienen können sei fraglich eine kampagne müsse deshalb darauf ausgerichtet sein diese entfremdung alienation der frauen erst einmal zu überwinden erst einmal ein gefühl von autonomie zu erzeugen man müsse frauen auf der ebene der privaten konkreten individuellen erfahrungen ansprechen das ist sozusagen der rhetorische modus dadurch werden sie zu adressatinnen schreibt sie einer befreiungsrhetorik überschreiten dadurch aber zugleich die herrschenden normen angemessenen verhalten die normen eben die von einer männerdominierten gesellschaft vorgegeben werden die schaffung von bewusstsein setzt dabei zunächst auf der ganz persönlichen ebene an mit dem ziel dann das persönliche politisch zu machen diskussionsgruppen ohne leitung sind für sie sozusagen die kommunikativen keimzellen in denen frauen ihre persönlichen gefühle und erfahrungen aussprechen können ohne hierarchie gefälle also ohne asymmetrie der übergang ins handeln in die aktion dann kann geschehen hängt aber von der entscheidung der einzelnen frau ab zentraler wert sind autonomie und individuelle entscheidung also da gibt es sozusagen keine persuasion das ist ein persuasionsfreier raum der hier konstituiert wird ein raum in dem dann reflexion stattfinden soll genau diese persönlichen geschichten erlebnisse die privaten erfahrungen die zusammengenommen zu einer bewusstseinsbildung eben des anderen geschlechtes beitragen sind das zentrum der rhetorik der frauenbewegung oder wie es die new yorker journalistin und frauenrechtlerin sally campton formuliert die von campbell ausführlich zitiert wird women's liberation is finally only personal it is hard to fight an enemy who has outposts in your head also der feind steckt im kopf selbst und da muss man eben bewusstsein bilden um diesen kampf zu führen benutzen feministen nach campbell dann strategien die sie notwendig in konfrontation mit der patriarchal bestimmten gesellschaft bringen viel ist es dann die herrschende realitätsstruktur zu brechen eben diese outposts in your head infrage zu stellen und im Grund aus dem kopf rauszukriegen zitat von ihr noch mal violate the reality the reality structure by close analysis of taboo subjects by treating social outcasts as sisters and credible sources and by attacking areas of belief with great mythic power also also darum geht es tatsächlich in diese bereiche rein zu gehen um damit grundsätzliche infragestellung einer männlich patriarchal geprägten dominierten gesellschaft erreichen zu können und da geht das eben auch in diese bereiche rein die sozusagen das decorum und solche dinge betreiben betreffen das zentrale objekt der rhetorik der frauenbewegung ist also letztlich die frau selbst nach campbell ein schlüsselbegriff in campbells aufsatz lautet self-persuasion daraus resultiert für sie ein paradox frauensein effektiv sozialisiert in eine struktur traditioneller rollen und werte eben einer männlich dominierten gesellschaft die die werte auch bestimmen und die bestimmen was eine traditionelle rolle ist und wie man sie gut ausfüllt auf der anderen hand steht für sie für campbell weiblichkeit also femininity im sinne der frauenbewegung eben dann auch in direkten konflikt mit werden der gesellschaft und das macht die frau welche eben so eine realitätsstruktur brechen möchte die feministin eben auch verletzlich die rhetorik der befreiung der frau sei so konkludiert campbell am schluss damit eben ein einzigartiges rhetorisches genre mit markanten substanziellen und stilistischen qualitäten und sie sagt das ist vielleicht die einzige wirklich radikale rhetorik in den usa also ich sag das ist eigentlich das radikalste was es gibt die rhetorik der frauenbewegung sei mit traditionellen begriffen und theoretisch überhaupt nicht beschreibbar erstes zitat auf der folie in relation to such definitions of rhetoric feminist advocacy wavers between the rhetorical and the non rhetorical the persuasive and the non persuasive rhetoric is usually defined as dealing with public issues öffentliche Gegenstände Gegenstände öffentlichen Interesses in der Öffentlichkeit Structural Analyses and Social Action Yet Women's Liberation Emphasis Acts Concerned with Personal Exigencies and Private Concrete Experience and its goal is frequently limited to particular autonomous action by individuals Also this is also to eine ganz andere Sphäre The view that Persuasion is an enthymetic adaptation to audience norms and values is confounded by rhetoric which seeks to persuade by violating the reality structure of those toward whom it is directed Die inneren Widersprüche die also dieses Genre des Women's Liberation auszeichnen seien angemessen deshalb nur mit dem rhetorischen Begriff des Oxymorons zu bezeichnen zu bezeichnen Konfrontation und Konsubstantialität im Sinne von Kenneth Burke der hier eine wichtige Rolle spielt in dem Aufsatz sind eben die zentralen Begriffe dieser völlig anderen Form von Rhetorik Abschließend nochmal ein Zitat von Caroline Cos Campbell and so I choose the oxymoron as a label a metaphor for the rhetoric of women's liberation it is a genre without a retor a rhetoric in search of an audience that transforms traditional argumentation into confrontation that persuades by violating the reality structure but that presumes a consubstantiality das ist eben Burke so radical that it permits the most intimate of identifications und im oxymoron kommt also damit sozusagen zusammen im oxymoron der frauenbewegung was eigentlich gar nicht zusammen kommen kann damit kommen wir zur zweiten theorie position Sally Miller Gearhart 1979 was also Caroline Cos Campbell am Beispiel der Women's Liberation Movement analysierte nämlich der Entwurf einer radikal anderen Form von Rhetorik wird 1979 bei Sally Miller Gearhart zu einer feministischen Rhetorik Theorie sozusagen verallgemeinert da wird auch eine Theorie aufgestellt und sie setzt dabei beim rhetorischen Zentralbegriff die Persuasion an das haben wir bei Campbell ja auch schon gesehen das ist der Haupt der Haupt Angriffspunkt der erste Satz des Aufsatzes lautet unmissverständlich wir haben es auch auf der Folie my indictment of our discipline of rhetoric springs from my belief that any intent to persuade is an act of violence es sei sagt sie eine unausgesprochene Prämisse jeder Form traditioneller Rhetorik dass es bei Persuasion von Männern in der Regel um die Veränderung der Umgebung und die Beeinflussung sozialer Angelegenheiten von Männern gehe die Rhetorik bediene sich also einer hinterlistigen Form von Gewalt und Rhetorik als Disziplin lehre diese Gewalt und sei deswegen natürlich problematisch und dabei sei nicht die Veränderung per se gewaltsam Veränderung sei ein ganz natürlicher Vorgang der Akt der Gewalt kommt erst dann ins Spiel also ein Akt wird erst dann gewaltsam wenn wir mit Absicht also Intentional andere verändern möchten und Gerhard nennt das das Conquest Model of Human Interaction Persuasion wird also mit einer kriegerischen Metapher als Bezwingen des Gegenübers verstanden Ja mehr noch sagt sie das traditionelle Modell der Persuasion sei ein Modell menschlicher Interaktion als Konversation Rede und Gegenrede was eine noch größere Hinterlist sei weil dadurch die Illusion der Integrität aufrechterhalten werde sie schreibt in the Conversation Model we work very hard not simply to conquer but to get every assurance that our conquest of the victim is really giving her what she wants das heißt das ist auch nochmal eine versteckte Form des Conquest Modells also das ist eine relativ dezidiert kann man sagen dezidierte Ausgangspunkte dezidierte Diagnose im Grunde eine Art Krankheit wenn man so will und man kann jetzt natürlich fragen was ist die Kur was kann man dagegen setzen für Gerhard klar ist die Kur eine non persuasive notion of communication sie wird am Ende des Aufsatzes als dritten Argumentationsschritt von einer Womanization of Culture sprechen und das sozusagen zusammen bringen das ist der Fluchtpunkt des Aufsatzes bis in die 1950er Jahre schreibt man Habermann das Reden auf der Basis eben dieses Conquest Conversion Models unterrichtet schreibt sie in einem ziemlich spöttischen aber ich finde irgendwie wunderbar spöttischen Ton On a very male chauvinist model one that not only implied but explicitly assumed that all the power was in the male speaker just as we believed at one point in history that all power was in the sperm he stood before the crowd one hero one persuader he believed that he did it all and unfortunately his audience believed the same thing das habe sich so schreibt sie dann weiter im Zuge des Umbaus und der Ausweitung der Rhetorik zu einer Kommunikationswissenschaft geändert das sind eben diese Dinge in den 60er 70er Jahren die wir ja auch schon gesehen haben in der Vorlesung und Gierhard zielt aber auf einen umfassenden Umbau von menschlicher Kommunikation die nicht auf der Grundlage von Modellen der Asymmetrie und des Monologs ausgestaltet werden sollen sondern eben als vielfältig verwobene Matrix dann nämlich müssten wir auch keine Persuadeure mehr sein und die Absicht haben andere zu überzeugen letztes Zitat auf der Folie Wir sind nicht der Sprache der Wahrheit der der Macht will verändern Leben Wir sind die Matrix Wir sind sie die Home dieser human interaction Wir sind Co-Creator und Co-Sustainer der Atmosphäre in whose Infinity of possible transformation wir all change also Veränderung Das heißt das ist ein ganz neuer Kommunikationsmodus mit Matrix Charakter auf den sie zielt und nicht mehr sozusagen das asymmetrische Modell der monologischen Rede Soweit sagt sie Simon im Moment noch nicht aber sie versteht eben ihren Aufsatz als einen Beitrag eben zu einer besserten zwischenmenschlichen Kommunikation Und hier kommt dann der Feminismus eben der Feminismus der zweiten Welle ins Spiel Feminismus bedeutet gerade sagt sie Zurückweisung des Modells von Conquer and Conversion und deshalb kann die Neubestimmung des Kommunikativen Miteinanders und das heißt ja auch die Neubestimmung wie gehen wir Menschen eigentlich überhaupt miteinander um aus dem Feminismus abgeleitet werden also der Feminismus wird ein Modell für das Soziale es kann aus dem Feminismus abgeleitet werden aber mehr noch es kann eigentlich nicht nur aus dem Feminismus kommen sagt sie Kommunikation unsere ganze Kultur muss verweiblicht werden must be womanized schreibt sie und ein letztes Zitat von ihr aus dem Schluss des Aufsatzes Es ist Violence has been associated almost exclusively with man in our culture. The change in the discipline of speech, from the concentration on speaker-conqueror, to an interest in atmosphere, in listening, in receiving, in a collective rather than a competitive mode, that change suggests the womanization of that discipline. Also das ist sozusagen die Pokermate. Damit komme ich zu dem dritten Aufsatz, Foss und Griffin. Das ist der wohl meist diskutierte Aufsatz der feministischen Rhetorikforschung in den USA, der Aufsatz Beyond Persuasion, das Motiv kennen wir jetzt schon, Beyond Persuasion, A Proposal for an Invitational Rhetoric, von Sonja K. Foss und Cindy L. Griffin, 1995 in der Zeitschrift Communication Monographs erschienen. Das ist eine der wichtigsten Fachzeitschriften in der Kommunikationswissenschaft in den USA. Der Aufsatz ist tatsächlich von wirklich einer bemerkenswerten Klarheit im Aufbau und auch sozusagen bemerkenswert von der Strukturierung, die Sie vornehmen. Sie sehen hier auf der Folie, wie der aufgebaut ist. Es gibt erstmal eine Einleitung, eine Definition, an deren Ende eine Definition der Invitational Rhetoric steht. Dann geht es um Options, Communicative Options nennen sie das. Das ist sozusagen die Frage, wie macht man es und welche äußeren Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit Invitational Rhetoric funktioniert. Dann gibt es zwei Beispiele zur Illustration und dann gibt es noch sozusagen die Frage, was bedeutet eigentlich dieses Konzept für die Rhetoriktheorie. Und das möchte ich jetzt mit Ihnen ein bisschen genauer besprechen, diesen Aussatz. Und ich beginne mit der Einleitung. Forst und Griffin schließen sich stark an die feministische Kritik von Gierhardt an, also an die feministische Kritik an dem Modell der Persuasionsrhetorik. Sie notieren einen patriarchalen Bias in den traditionellen Modellen der Rhetorik. Der Feminismus ermöglichte es erst, erst der Feminismus diesen Bias zu erkennen und er lenkte damit den Blick auf nicht-patriarchale Modi der Kommunikation. Also da sieht man das sozusagen, wie in der feministischen Rhetorik, welchen entscheidenden Einfluss da der Feminismus hat sozusagen als wirklichen Eye-Opener und als eine Veränderungskraft. Der patriarchale Bias besteht in der Definition der Rhetorik als Persuasion, die die westliche Tradition zu allen Seiten dominiert hat. Rhetorik sei definiert worden als, Zitat, The conscious intent to change others. Da würde ich sagen, ja klar, natürlich, das ist Persuasion. Der Wunsch, seine Umgebung zu verändern, sei eine letztlich anthropologische, sozusagen Grundannahme, gehört zur anthropologischen Grundausstattung des Menschen, auf der Konzepte der Rhetorik auf Persuasion aufbauen und auch ihre Legitimation beziehen. Eine zentrale Eigenschaft des Menschen im patriarchalen Modell ist dessen, Zitat, desire for control and domination, also ein Wunsch nach Kontrolle. Der Mensch, schrägstrich Mann, möchte gerne Kontrolle ausüben über das Leben anderer Menschen. Und warum will er das? Weil dem Menschen, schrägstrich Mann, in diesem Denken durch Kontrolle ausübung eine Art Lustgewinn beschert wird. Ein Machtgefühl, ein erhöhtes Selbstwertgefühl. Zitat, that comes from controlling people and situations. Selbstwertgefühl wird in diesem Modell nicht daraus gezogen, dass man die Einzigartigkeit und den sozusagen inhärenten Wert jedes Lebewesens anerkennt, sondern daraus, dass man eben Kontrolle über andere gewinnt. Und in der Kontrollausübung besteht also die Macht des Orators, der die Leben und die Perspektiven anderer dadurch entwertet, dass er die Welt nach seinem Modell einrichten möchte und verändern möchte. Eine solche Sprecherrolle nennen Frost und Griffin paternalistisch. Ihr entspricht ein Konzept von Zuhörerschaft, das diese als naiv und weniger kenntnisreich als den Orator konzeptualisiert. Und da kann man sozusagen in Klammern hinzufügen, das machen die beiden jetzt nicht. Aber wenn man da in die Rhetorikgeschichte zurückblickt, kann man sagen, klar, das ist das Modell, was wir in der aristotelischen Rhetorik finden. Das Modell, wie Aristoteles die Zuhörerschaft versteht, nämlich die Zuhörerschaft als eine, die nicht in der Lage ist, zum Beispiel längere Schlussketten, längere logische Formen nachzuvollziehen. Also da ist auch rhetorikhistorisch an dem Argument schon was dran. Zitat Haben Sie auch auf der Folie unten The traditional concept of rhetoric in summary is characterized by efforts to change other and thus gain control over them, self-worth derived from and measured by the power exerted over others and the devaluation of the life and worth of others. This is a rhetoric of patriarchy reflecting its values on which a rhetorical system can be constructed and we would like to propose as one alternative a feminist rhetoric. Also darum geht es dann, zu sagen, wir machen jetzt was anderes. Wir wollen eine Rhetoriktheorie machen, die nicht in diesem Modell des Patriarchats, in dem es um Dominanz, Kontrolle und kommunikative Asymmetrie geht, so eine Rhetoriktheorie wollen wir jetzt formen. Und das ist der zweite Argumentationsschritt. In eben diesem zweiten Argumentationsschritt wird dann erst einmal definiert, was die beiden Verfasserinnen unter Feminismus verstehen. Drei Kriterien zeichnen den Feminismus aus. Gleichheit, Equality, immanent Wert, immanent Value und Selbstbestimmung, Self-Determination. Diese drei Kriterien dienen dann dazu, das patriarchale Modell der Rhetorik zu kritisieren. Erstens, die Idee der Gleichheit wird durch die asymmetrische Kommunikation in dem Verhältnis von Orator und Publikum verletzt, weil ja der Orator Kontrolle ausübt, das Publikum eher passivisch ist. Also es gibt diese Asymmetrie, da kann es keine Gleichheit geben. Zweitens, der immanente Wert, der in der Individualität jedes einzelnen Menschen besteht, wird durch das Ansinnen des Redners, Menschen in seinem Sinne zu verändern, letztlich ignoriert. Und drittens, auch die Idee der Selbstbestimmung, nach der Menschen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, die wichtig für sie sind, selbst am besten treffen und die Entscheidung anderer respektieren, passt nicht zum Modell der Zuhörerschaft in der traditionellen Rhetorik, das den Orator eben als Experten und den Zuhörer, die Zuhörerin als Laien entwirft. Die als positiv gesetzten Werte des Feminismus sind also mit der traditionellen Rhetorik der Persuasion nicht vereinbar. Ross und Griffin geben zwar zu, dass bisweilen die persuasive Rhetorik durchaus auch ihr Recht habe, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, die wollen sie sozusagen nicht prinzipiell überwinden. Das wäre ja auch eine Form der Kontrolle. Das wollen sie nicht. Das wäre ein Widerspruch zu ihrem Modell. Aber sie wollen doch eine alternative Form von Rhetorik anbieten. Das ist das Proposal für genau jene Gelegenheiten, in denen Veränderung und Kontrolle eben nicht das Ziel des Orators ist. Und darauf möchte ich noch einmal explizit hinweisen, weil das manchmal falsch verstanden wird. Das ist auch ein entscheidender Unterschied zu Gearheart. Ross und Griffin sehen eben ihre Invitational Rhetorik als eine Alternative, als Alternative zur traditionellen Persuasionsrhetorik, nicht als deren Substitut oder als deren Überwindung. Und das ist auch nochmal wirklich wichtig, um den Status dieser Theorie zu verstehen und auch zu verstehen, welchen Anspruch die beiden Autorinnen erheben möchten. Und damit komme ich zu einer Definition und solche resümierenden Definitionen finden sich ganz mehrfach in diesem eben sehr didaktisch aufgestalteten Aufsatz. Zitat Das sind diese Values des Feminismus. Invitational Rhetorik constitutes an Invitation to the audience to enter the reader's world and to see it as the reader does. Also eine Art Perspektivenübernahme. Invitational Readers denken dabei nicht und propagieren es nicht, dass sie unbedingt Recht haben, ihre eigenen Erwartungen oder ihre eigene Perspektive gegenüber derjenigen der Zuhörerschaft überlegen zu erklären. Alle Versuche, nämlich andere zu dominieren, sind in der Invitational Rhetorik absent, denn es geht hier um ein gegenseitiges Verstehen, um gegenseitige Wertschätzung und um die Anerkennung des Anderen. Die Invitational Rhetorik ist durch Offenheit also charakterisiert und durch Symmetrie der Kommunikationspartner. Veränderung, Change ist nicht ihr Zweck, also nicht ihre Intention. Veränderung kann natürlich ihr Ergebnis sein, aber es ist nicht so, dass es dann einen gibt, der Veränderung bezweckt. Immer dann nämlich kann es Veränderung geben, wenn Orator und Publikum Ideen austauschen und dadurch neue Einsichten und ein neues Verständnis einer Sache gewinnen. Also da kann es Veränderung geben, aber die ist eben nicht intentional oder parteilich gedacht. Während in traditionellen Formen der Persuasionsrhetorik diese Prozesse des Wechsels oft mit Gefühlen von Unzulänglichkeit, Unsicherheit, Schmerz, Demütigung, Schuld, Verlegenheit oder auch wütender Unterwerfung auf Seiten des Publikums verbunden sind, sagen Voss und Griffin, weil die Oratoren und Oratorinnen ihre Position der Überlegenheit und die in ihren Augen damit korrespondierenden Unzulänglichkeiten der Zuhörerschaft klar aufstellen. Also der Orator, meistens männlich in deren Ansicht, ist eben jemand, der auch dann ganz klar sagt, ich habe sozusagen Ahnung und ich erzähle es euch mal, ich erkläre euch jetzt mal die Welt, wie sie funktioniert. Und die Invitational Rhetorik propagiert also das genaue Gegenteil. Der Invitational Retor anerkennt, dass auch aus dem Publikum wertvolle Beiträge bis sein und ihr eigenes Denken und Verstehen kommen können und er oder sie nicht in der Weise agiert, dass die Verbindung zwischen ihm oder ihr und dem Publikum beschädigt werden könnte. Aber das ist ganz wichtig, sozusagen dieser Gleichheitsgedanke, dieser Gedanke der Gleichberechtigung, dass man dann auch in diesem sozusagen symmetrischen Modus extrem profitieren kann von den Ansichten anderer und dass das ein selber und letztlich auch die Gesellschaft weiterbringt, so einen Modus. Damit ist das Konzept letztlich erklärt und von traditionellen Formen der Persuasionsrhetorik abgegrenzt. Es geht nun in dem zweiten Abschnitt des Aufsatzes noch um eine genauere Darstellung dessen, was sie primäre rhetorische Formen nennen mit einem etwas unspezifischen Ausdruck. Die zwei, die näher vorgestellt werden, sind Offering Perspectives und Creation of External Conditions. Und ich komme jetzt zu den Offering Perspectives. Der Invitational Retour, also der Redner oder die Rednerin, agiert eben auf symmetrische Ebene mit dem Publikum und trägt ihm seine individuelle Perspektive vor. Er benutzt keine persuasive Argumente, sondern bietet an. Er bietet eine Sicht an, eine eigene subjektive Perspektive an, ohne darauf hinzuarbeiten, dass das Publikum diese auch unbedingt akzeptiert und seine Ansicht übernimmt. Es geht also, wie Voss und Griffin schreiben, nicht um das Beweiden oder gar um sowas, was sie rhetorische Invasion nennen, sondern um ein Geben, das grundsätzlich nicht strategisch ist. In Offering, readers tell what they currently know or understand. They present their vision of the world and show how it looks and works for them. Also das ist sozusagen das Offering. Deshalb nennen sie den Ansatz im Untertitel dann auch ein Proposal. Sie sehen ihre eigene Theorie nämlich auch als so ein Offering, ein Angebot. Sie erheben also nicht den Anspruch, dass ihre Theorie der Invitational Rhetoric die einzig legitime Form der Rhetorik sei und dass diese Theorie in allen möglichen Situationen Anwendung finden könne. Also es ist kein hegemonialer Gedanke. Da ist nichts von Hegemonie drin. Damit diese Form der Rhetorik funktionieren kann, müssen aber eine Reihe äußerer Bedingungen gegeben sein oder geschaffen werden. Das sind eben diese External Conditions die bestehen müssen, damit gegenseitiges Verstehen eben dieser unterschiedlichen Perspektiven überhaupt funktionieren kann. Es muss, schreiben sie, eine Atmosphäre herrschen, welche die gegenseitigen Offerings befördert. Sie nennen drei Kriterien Sicherheit, Safety, Wert, Value und Freiheit, Freedom. Dass die Sicherstellung dieser Kriterien für den Erfolg der Invitational Rhetoric unverzichtbar sind, ist eigentlich, denke ich, selbsterklärend. Nur unter Bedingungen der Sicherheit wird der Invitational Rhetor seine Perspektive artikulieren wollen. Er braucht Respect und er braucht Care auf Seiten des Publikums, damit er oder sie sich artikulieren und sozusagen überhaupt öffnen möchte. Bei der Kategorie des Wertes, also Value, geht es darum, dass alle Zuhörer ihren Wert haben und allen Wertschätzungen entgegengebracht wird. Jeder soll seine Individualität leben können, ohne normative Modelle von Identität. Ein Modell, wie das funktionieren kann, nennen die beiden Absolute Listening. Es ist die Idee, dass jeder oder jede, die sich in einen Prozess sozusagen der Invitation Rhetorik artikuliert, die es völlig ungestört, ohne Unterbrechung, aber auch ohne jeden Kommentar seitens der Zuhörenden tun kann. Also dass man erstmal sozusagen tatsächlich mal schaut, was Off-Word eigentlich, was bietet der andere an, bevor man gleich Gegenargumente bringt, ins Wort fällt, Turn-taking macht im Gespräch, sondern erstmal sozusagen tatsächlich Absolute Listening mal macht. Freedom ist drittens schließlich die Grundbedingung, das Zugeständnis der Gleichheit aller und der Möglichkeit, dass alle eben die Gelegenheit haben, ihre Perspektiven artikulieren zu können. Ziel ist es hier der Theorie, dass mehr Ideen und vielfältige Perspektiven in diesem Prozess der Invitational Rhetorik auch sozusagen zu einer reicheren Form, einer bunteren, in einer perspektivreicheren Form der Kommunikation führen. Es geht also nicht darum, wie ein Modell der Persuasionsrhetorik, die Option des Publikums im Sinne des Orators zu minimieren, also so eine Fließung herbeizuführen, sondern möglichst viel zu erzeugen, möglichst Pluralismus zu erzeugen, möglichst viele Perspektiven vorzustellen. Foss und Griffin führen dann zwei Beispiele von Invitational Rhetorik an in ihrem Aufsatz, um ihre Theorie zu illustrieren. Die beiden übergehe ich hier, die können Sie nachlesen in dem Aufsatz und komme zum Schluss der Besprechung von Foss und Griffin. Was machen Sie? Sie plädieren insgesamt für eine Pluralisierung der Rhetorik und Sie sprechen eben im Schlussabschnitt auch von Rhetoriken dann im Plural. Die Invitational Rhetorik ist eine Form der Rhetorik, die bestimmte Formen der Kommunikation möglich macht und die Reflexion auch über zentrale Kategorien der Persuasionsrhetorik, die sonst unhinterfragt anstößt, wie etwa das Konzept des Publikums als Opponent. Das nennen Sie an einer Stelle der Vorwurf, die Persuasionsrhetorik wird das Publikum quasi als Opponent nennen, als Gegner. Und das ist auch nicht ganz unplausibel, Rhetorik historisch. Wenn wir etwa bei, wenn wir an den Strategiebegriff denken, wenn wir bei Quintillaren denken, an die Feldherrenmetapher, die Quintillaren sozusagen für den Redner benutzt, überhaupt diese ganze sozusagen kriegerische Metaphorik, die wir in der Rhetorik haben, da geht es tatsächlich darum, im Grunde so ein Freund- Feindschema in die Rhetorik einzuführen. Und das gibt es schon in der antiken Rhetorik. Insofern, auch das Argument ist tatsächlich auch Rhetorik historisch plausibel. Also Publikum als Opponent, darüber muss man reflektieren, sagen sie, und überhaupt das Konzept der rhetorischen Strategie, auch darüber muss man reflektieren, rhetorische Strategie als Mittel, die partikulare Absicht eines Orators zu erreichen. Das soll natürlich in der Invitational Rhetorik nicht so stattfinden. Invitational Rhetorik beschreiben sie als Modus, der vor allem für Frauen und andere marginalisierte Gruppen geeignet ist, um Systeme der Unterdrückung und Systeme der Herrschaft zu transformieren. Also das ist die Frage, an wen richtet sich eigentlich diese Form der Rhetorik? Damit komme ich zum Schluss, was Voss und Griffin anlangt. Jetzt kann man ja fragen, ich hatte Ihnen ja eingangs gesagt, das ist eigentlich der erfolgreichste Aufsatz, der erfolgreichste theoretische Ansatz im Bereich der feministischen Rhetorik in der amerikanischen Forschung. Sehr erfolgreich. Und ich möchte jetzt noch hinweisen auf zwei weitere Publikationen, die Sie nachlesen können, wenn Sie wollen. Das erste ist ein Buch von Sonja Voss und Karen Voss, also die beiden Western. Inviting Transformation heißt es. Presentational Speaking for a Changing World. Das ist ein Public Speaking Textbook, also ein Rhetoriklehrbuch, ein praktisches Rhetoriklehrbuch, eben auf der theoretischen Grundlage der Invitational Rhetoric. 2019 ist es in vierter Auflage erschienen und die beiden Autorinnen sehen eben ihr Modell, eben der Invitational Rhetoric als Modell für das Rhetoriktraining, als auch ein Beitrag zum Klären von Problemen im Rahmen der Globalisierung. Also die Frage, wie sollen wir eigentlich in einer globalisierten multikulturellen Welt miteinander kommunizieren und ihr Modell ist eben zu sagen Invitational Rhetoric ist es. Das zweite Buch, auf das ich Sie noch hinweisen möchte, ist ein Sammelband. Das ist ein 2020 erschienener umfangreicher Sammelband, der einerseits zentrale Texte zur feministischen Rhetorik und dann eben vor allem natürlich zur Invitational Rhetoric noch einmal abdruckt, dann aber auch zahlreiche Texte enthält, welche das Konzept weiterentwickeln oder auch konkret anwenden. Also wenn man Anwendungsfälle sucht, wenn man sich fragt, was kann man jetzt eigentlich mit dieser Invitational Rhetoric anfangen, was kann man da konkret mitmachen, findet in diesem Buch viele Beispiele, 23 Publikationen hat es da insgesamt drin, auch eine Bibliografie, die sehr nützlich ist, also ein wichtiges Kompendium für alle, die sich eben mit diesem Theorieansatz beschäftigen wollen und in unserer Brechbau-Bibliothek zu haben. Und auch noch hinweisen möchte ich Sie auf einen TEDx-Talk, den es zu Invitational Rhetoric gibt, in ganz kurzen, 8-9 Minuten, den es auf YouTube gibt und den verlinke ich unten im Textbereich. Damit kommen wir zu einem Ausblick und zum Plus der heutigen O-Lesung. Ich werde im Folgenden noch auf einen Artikel mit dem Titel Rhetorik und Gender Stylist etwas näher eingehen, der von der Germanistin Lili Tonger-Erk stammt. Abgedruckt ist er in Band 1 des HSK Rhetorik und Stilistik erschienen 2008. Also jetzt kommen noch zwei Folien. Interessant ist der Artikel deshalb, finde ich, weil er aus Sicht einer Literaturwissenschaftlerin, Germanistin und Expertin für Gender Studies, das ist ihre Dissertation, einen Blick eben auf die internationale Forschung, also auf die Forschung in Deutschland und den USA wirft und eben auch den Blick von Deutschland auf die internationale Forschung. Und vieles von dem, was wir in dieser Folie kennengelernt haben, nicht alles, finden Sie auch in diesem Handbuchartikel, etwa die Frage nach den verkannten verdeckten, vergrabenen weiblichen Rednerinnen und den verschiedenen Anläufen seit Mitte der 1990er eben den Kanon der Rednerinnen durch eine stärkere Berücksichtigung eben weiblicher Oratoren zu revidieren. Diese Diskussion um die Rolle von Frauen in der Rhetorik Geschichte, die diskursiven Mechanismen der Exklusion aus dem Kanon und die prinzipielle Frage, Zitat, nach den diskursiven Konditionen des Erscheinens einzelner redemächtiger Frauen werden in dem Artikel sehr gut nachgezeichnet. Dabei geht der Artikel auch auf die Situation in der deutschsprachigen Forschung ein, die das Thema Gender und Rhetorik bislang stark vernachlässigt hat. Das habe ich am Anfang der Vorlesung ja kurz erwähnt. Da geht sie noch etwas näher und etwas breiter ein, als ich das am Anfang gemacht habe. Also der behandelt tatsächlich auch die deutsche Forschung dieser guten Artikel. Und doch fallen in der Wahrnehmung einige Unterschiede auf, denke ich. So legt Lili Tonga Erk in erster Hinsicht die Kategorie Gender ihrem Artikel zugrunde und spricht vom Feminismus nur als einem Forschungsprojekt, das stärker mit den 70er und 80er Jahren verbunden sei. Seit den 1980er Jahren schreibt sie das Forschungsinteresse von der feministischen Kategorie Frauen zu der kulturellen Konstruktion von Geschlecht, also Gender, verschoben. Das ist richtig, natürlich, die ich gar nicht kritisieren. Und Judith Butlers Buch Gender Troubles, Sie sehen hier den Umschlag von 1990, ist vielleicht der berühmteste Ausweis dieser Verschiebung, auch wenn Butler innerhalb der Rhetorikforschung, muss man sagen, überraschenderweise vergleichsweise wenig gewirkt hat. Was auch ein bisschen paradox ist, denn sie war in Berkeley jahrelang Professorin für Rhetorik. Dabei kommt es aber darauf an, denke ich, wie man diese Verschiebung bewertet. Mir scheint sozusagen in meinem Blick auf die amerikanische Forschung, dass dort der Begriff Feminist Rhetoric nach wie vor sehr häufig gebraucht ist, gebraucht wird, sehr prominent ist, während in Deutschland die Gender Studies, die feministischen Ansätze in den Wissenschaften eher abgelöst haben. Nicht zuletzt deshalb, weil der Blick der Gender Studies auf die kulturelle Konstruktion von Geschlecht und den zugrunde liegenden diskursiven Mechanismen ein kompletteres Beschreibungsmodell bereitstellt, als die älteren feministischen Ansätze, aber es hat sicher auch wissenschaftspolitische Gründe der Frage, wie kann man eigentlich besser eine Wissenschaft konstituieren? Michaela Meyer merkt in einem Forschungsbericht von 2007 zu 40 Years of Feminist Contributions to Rhetoric kritisch an, dass viele Wissenschaftlerinnen in der Rhetorik immer noch zu sehr innerhalb eines dichotomisch angelegten Modells des biologischen Geschlechts, also von Sex, dächten. In meiner Wahrnehmung liegt das nicht primär an der Rückständigkeit der rhetorischen Wissenschaft, sondern daran, dass die Feminist Rhetoric in den USA eine auch viel stärker unmittelbar gesellschaftsverändernde Agenda hat als etwa zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, die literaturwissenschaftliche Genderforschung in Deutschland. So ein bisschen tentative Unterschiede. Darauf deutet auch die in den USA kaum zu überschätzende Bedeutung der Invitational Rhetoric von Boss und Griffin hin, die bei Tonga Erk in dem Artikel etwas unterschätzt wird, scheint mir. Aber was bedeutet nun, das ist ja die wichtigere Frage vielleicht, als diese Fragen der Bewertung, was bedeutet nun die Umorientierung, diese Umorientierung auf die Kategorie Geschlecht, Gender für die amerikanische Rhetorik Forschung, was kommt da neu an Themen und neu an Perspektiven rein. Lilletonger Erk weist besonders auf das Gendering der Rhetorik hin, also die Zitat geschlechterkritische Relektüre kanonischer Rhetorik Texte mit Blick auf die Frage, Zitat weiter, welche Funktion die Kategorie Geschlecht bei der Selbstbeschreibung der Rhetorik als Disziplin, Wissenschaft und Praxis zukommt. Dabei wird deutlich, dass die Konstitution der Rhetorik als Disziplin vielfach über genderspezifische Ein- und Ausgrenzungsverfahren funktioniert. Was heißt das nun konkret? Und da bezieht sie sich tatsächlich auf eine ganze Reihe von Publikationen aus den USA, die sie dort vorstellt und macht einen kleinen Ausschnitt davon, so ein paar Themen, damit man versteht, worum es da geht, aber das ist keineswegs erschöpfend. Gender-orientierte Ansätze haben zum Beispiel herausgearbeitet, dass die Figur des Orator in der antiken Rhetorikgeschichte eben nicht neutral ist. Die ist nicht gender-neutral, sondern die ist eben in hohem Maße gegendert. Tonga-Erk schreibt, der Redner ist ein Mann, er ist erwachsen und er gehört der Oberklasse an, er ist rechtschaffen, verfügt über rhetorische Erfahrung und gibt sein Wissen väterlich an seinen Sohn weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Gender-Phenomenen. Und diese Form der Bestimmung zum Beispiel des Wir-Bonus-Dicendi-Peritus arbeitet eben mit Ausschlussmechanismen, die bestimmen, wer eben nicht Orator sein kann. Nämlich, wenn wir an die antike Rhetorik denken, bauen Kinder und Sklaven. Und diese Positionen werden durch Machtdiskurse, durch Diskurse erzeugt, welche eben die genderorientierte Forschung freilegt und sichtbar macht. Also das ist sozusagen ein reflexives Potenzial. Dabei dient rhetorische Ausbildung auch, wie Tonga Erk schreibt, der Modellierung und Disziplinierung des männlichen Subjekts, das durch Übung und Einübung sozusagen performativ hergestellt wird und es immer wieder sozusagen neu performativ herstellen muss, weil es keine stabile Kategorie ist, ist die These. Daneben sind auch wichtige Kategorien der Rhetorik keineswegs geschlechtsneutral. Zum Beispiel gibt es Stilbegriffe in der Rhetorik, die Werten sind positiv und negativ und dann als männlich positiv weiblich negativ. Zum Beispiel der Begriff des Fukus Oratorius, der Begriff der rednerischen Schminke, also des rednerischen Make-up würden wir heute sagen, gilt etwa bei Cicero im Orator als falscher, übertriebener und unnatürlicher Ornatus. Das heißt sozusagen dieser Begriff aus der Sphäre der Frauen aus dem Bereich der Kosmetik, der ist eben ein negativer Begriff. Während das männliche Stilideal positiv durch Natürlichkeit und eben durch Männlichkeit, Virilität als Natürlichkeit charakterisiert wird, und da sieht man eben, dass diese Stilbegriffe eben wertend gegendert sind. Schließlich geht es in der genderorientierten Rhetorik auch, gehe hier wirklich selektiv exemplarisch vor, um die weibliche Rede als, wie Tonga eragt es nennt, das Andere der männlichen Rhetorik. Es geht also um die Grenzziehung und die Mechanismen der Ein- und Ausschließung kommunikativ- rhetorischer Phänomene auch in kulturhistorischer Sicht und sozusagen um das Andere, das Äußere der Rhetorik, die dann sozusagen auch die männliche Rhetorik erst konstituiert. Ein Beispiel will ich da nennen nur. Tonga ergt weist hier etwa auf ein Buch von Feral Glenn hin, die kennen wir schon, zur Rhetorik des Schweigens aus dem Jahr 2004 hin. Schweigen wird dabei verstanden als eben das Andere der männlich kodierten Rede, und als kommunikative Äußerungsform Schweigen oder auch das zum Schweigen bringen können nämlich durchaus schreibt sie bedeutungskonstituierend sein und ebenso machtvoll wie das Sprechen eingesetzt werden. Ein letztes Zitat noch als das Andere der kulturhistorisch höher bewerteten männlich konnotierten Rede macht ist Schweigen lange als Trope für weibliche Ohnmacht gewertet worden, indem Schweigen als strategisch einzusetzendes rhetorisches Mittel in den Blick genommen wird, rückt es als widerstand leistendes subversives Machtinstrument in den Blick. Und das ist eben was Cheryl Glenn macht in diesem Buch Unspoken A Rhetoric of Silence von 2004. Gut, damit sind wir am Schluss der heutigen Vorlesung angelangt. Gut, soweit Ansätze der feministischen Rhetorik aus den USA der 70er, 80er und 90er Jahre bis in die Gegenwart hinein. Man sieht daran, das ist keineswegs ein abgelegtes Forschungsthema, etwas, was man überwunden hat, sondern das ist nach wie vor in der amerikanischen Forschung ein sehr aktuelles Thema immer noch. Und jetzt kommen eben in neuer Zeit diese Gender-Sachen hinzu, aber eben nicht im Sinne, in meiner Wahrnehmung nicht im Sinne von der Überwindung des feministischen Paradigmas, sondern im Sinne einer Ergänzung. Beides hat da sozusagen in der amerikanischen Forschung seinen Platz. Gut, damit sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Bedanke mich mal wieder für Ihr Interesse, Ihre Geduld. Sage wie immer, bleiben Sie gesund natürlich. Nächste Woche kommt dann die letzte Vorlesung in diesem Semester. Die wird etwas kürzer sein, oder eigentlich sogar viel kürzer. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das nächste Woche in etwa 30, 35 Minuten schaffen werde. Aber jetzt mache ich , ich bin ich bin vor, ich bin vor, ich bin vor, Vielen Dank.